Willkommen bei Darmbieter. Heute geht es ums FIT15. Bleibt dran! FIT15 ist diese grüne Box, ein in sich abgeschlossenes, vollständiges Programm, das geeignet ist, 15 Tage lang seinen Körper drauf zu trainieren, weniger zu essen, mehr Nährstoffe zu nehmen, damit der Körper reinigen, regulieren und enthiefen kann. Was haben wir drin? Wir haben drinnen 2 Liter Aloe Vera, die ja bekanntlich gut ist für die Reinigung des Darms, des Blutes und für die Reinigung der Lymphe. Dann haben wir drinnen den pflanzlichen Eiweißshake in Vanille oder Schokoladegeschmack, eine Portion auf 0,3 Wasser, schütteln als Getränk zum Trinken. Dieser Eiweißshake ist ganz leicht verbaubar, enthält keine Fette, dadurch ist es ein optimales Programm für die Leber. Wenn wir der Leber die Chance geben, dass sie in der Früh und am Abend kein Fett verdauen muss, ist das für die Leberregeneration ein Riesenvorteil. Und mit diesem Shake ist das möglich. Dann haben wir noch drinnen, genauso wie im Klinon-Programm, Kapseln. Erstens das Casinia, das ist ein Chrom-Produkt, das mir den Blutzucker stabil hält, dann habe ich keine Heißhunger-Attacken. Das zweite Produkt, das drinnen ist, heißt Therm, das ist ein Vitamin-B-Komplex mit grünen Kaffeebohnen. Dadurch bin ich fett und regeneriere ich sehr gut. Und das dritte Produkt, das drinnen ist, sind Faserstoffe. Diese Fasern kann man in einem Glas Wasser auflösen. Faserstoffe haben null Kalorien und sie geben ihr Entsättigungsgefühl. Das kann ich vormittags oder nachmittags trinken. So, jetzt haben manche Kunden das Thema, wenn sie etwas fasten und entlasten, dass ihnen kalt ist. Gerade in der kühlen Jahreszeit ist es jetzt günstig, wenn man einen wärmenden Gewürz, die jeder zutrinkt, zu diesem Reinigungsprogramm. Unser Aloe Blossom-D hat wärmende Gewürze aus dem Ayurveda dabei, Zimt, Gewürznelke, Ingwer, optimal geeignet. Man kann ein Sackerl auf ein bis zwei Liter D, also Wasser aufgießen und die draus machen, im Laufe des Tages trinken. Und ein weiteres Produkt, das sehr gut in dieses Programm passt, sind Mineralstoffkomplexe. Mineralien sind immer günstig, um Stoffe auszuleiten, vor allem um Säure. Wie spürt man denn, dass man Säure im Körper hat, die nicht rausgeht? Wenn in der Früh die Gelenke schmerzen, wenn wir saures Aufstoßen haben, wenn wir spüren, dass im Bindegewebe Wasser speichert. Und Frauen ist das bekannt, wenn wir über dem Knöchel Wasser haben oder wenn wir im Oberschenkel Wasser speichern, immer ein Zeichen, dass wir schlecht ausleiten können. Gerade für diese Gründe sind Mineralstoffe von Vorteil. So, egal wann wir das Programm machen und wie oft wir das Programm machen, es sind einfach 15 Tage Erholungszeit für unsere Organe. Gedacht ist es, dass man mit Clean 9 startet, dann auf Fit 15 weiter übergeht, dann hat man insgesamt 24 Tage. Das ist etwas, wo man den Körper trainiert, wirklich einen neuen Lebensrhythmus zu finden, mit Ernährung, mit Bewegung und mit Sport. 30 Minuten täglich bewegen oder Ausdauertraining oder etwas Krafttraining sind auch bei diesem Programm ein Riesenvorteil für einen besseren Erfolg. Ich wünsche euch viel Erfolg damit.